Jau jau liebe Leute, was geht ab? Wir kommen zurück. Wir kommen wieder bei Marco. Wir gehen jetzt in die Wohnung rein. Ich bin jetzt hier. Schauen wir mal. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Das ist hier. Ich bin jetzt hier. Wir haben jetzt hier. Ich habe schon mal eine Apartheid gesehen. Ja man, Party! Also heute wird Fenster Fenster werden gemacht Der Schwiegelstrang wird abgeschraubt Dann ein bisschen hier der Schwarz sauber gemacht Der Schwarzbecken Die Ablagen Die Tür Und hier Der kommt weg Aber das werde ich alles nicht filmen Weil ich da Ruhe brauche Okay? Dann haut rein Wir sehen uns Später wieder zurück Ciao!